Block. Genau. Dann hat es sich nämlich total ausgezahlt, dass ich gestern gerade noch eine Zwischenfolge aufgenommen habe, wo ich ganz, 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 ganz viele Steine gefarmt habe. Qualität weniger, okay. Warte. Ist irgendwie strange. Heute ist mein Upstream anscheinend nicht so mega toll. Die ist schon auf 5.000. Ich gehe mal auf 4.000 runter. Dann kannst du mir sagen, ob du ob es besser funktioniert. Ob es besser funktioniert. Also Qualität habe ich jetzt gerade ein bisschen runtergestellt. Ich bin bei mir flüssig zu sehen. Also Qualität habe ich jetzt gerade ein bisschen runtergestellt. Ich bin bei mir flüssig zu sehen. Besser, okay, super. Sehr schön. Okay, dann fange ich an. Also. Ich habe gestern nichts gemacht, außer Materialien zu farmen. Uh, es liegen schon wieder Strings da. Oh, guck dir das an. Toll. Ich bringe nur die Strings. Ups. Okay. Was fällt da alles runter? Super. Genau. Und ich will jetzt eigentlich sofort anfangen, damit meine Insel ein bisschen größer zu bauen. Das habe ich ja letzten Mittwoch schon angefangen gehabt. Und die ist ja auch schon recht weit, die Vergrößerung. So. Ganz viele Steine. Dann müssen wir erst mal hier. Äh, genau. Das Echo hatte ich nur ganz kurz, weil ich meinen Stream, äh, die Lautstärke auf hatte. Die habe ich wieder zugemacht. Und deswegen hat das doppelt. Äh. Kam es kurzzeitig doppelt an, aber das dürfte jetzt nicht mehr passieren. Genau. Erst mal hier die Mauer komplett weg und dann wird das so abgerundet wie in den anderen. Auf der anderen Seite. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es gemacht habe. Ki, das freut mich, dass ich dich aufweitern kann. So. Einer rüber. So. Also, ich habe einen, zwei und das ist jetzt, äh, einer. Ne. Moment. Einer und jetzt kommt noch mal einer. Runter. Äh, ja, das wäre, äh, schade. Um die schönen Steine, die ich extra gefarmt habe, bin ja im Survival-Modus und will den Creative nur ganz, ganz, ganz sporadisch einsetzen. So. Zwei. Und jetzt habe ich zwei Abstand. Ich habe jetzt natürlich, dass ich so viele Steine aber auch abgebaut habe, ganz viel, äh, kann ich eigentlich die ganze Zeit nur bauen. Und jetzt habe ich noch mal zwei Abstand. Häh. Damn. So, zwei. Nochmal zwei. Und jetzt habe ich noch mal zwei Abstand. Und jetzt habe ich noch mal zwei Abstand. Und jetzt habe ich und dann drei. Eins, zwei, drei. Ähm, das wird einfach nur eine Vergrößerung. Und zwar, ich hatte das ja vorher komplett quadratisch hier. Da ging die Fläche bis hier hin, wo ich jetzt gerade lang laufe. und ich habe mir gedacht, ich will das ein bisschen abrunden. Und, ähm, dann habe ich eine etwas größere Fläche für mein gesamtes Gebiet, wie du hier siehst. Und das muss ich halt auf vier Seiten machen. Oder will ich dann auf allen vier Seiten machen. Und zwei Stück habe ich am letzten Mittwoch gemacht. Die Seite wird cool, weil sie den Weg in der Mitte hat. Das wird nicht ganz so viel Arbeit. Genau. So, also es ist einer, dann zwei mal zwei, zwei mal drei, ein mal vier. Okay. So, zwei, zwei, drei, dann nochmal drei. Drei, dann eins, zwei, drei, vier, hier hin. Eins, zwei, drei, Mist. Der war zu viel. Okay, ich will gerade noch nachzählen. Äh, Eisen. Wenn du mir sagst, wo ich welches kriege auf dieser Welt. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Weil das ist ja das Problem. Ich habe ja hier nur sehr, sehr begrenzte Materialien zur Verfügung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. War das jetzt neun auf der anderen Seite? Durch die Mobfarm. Ja. An für sich toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist richtig. Sehr schön. Durch die Mobfarm ist zwar an für sich richtig, aber da müssen halt auch dann entsprechend irgendwelche Sachen droppen. Und Zombies haben irgendwie so eine ganz geringe Chance, Eisen zu droppen. Und ich habe, glaube ich, bisher noch kein einziges Eisen gekriegt. Ich habe, glaube ich, zwei Nuggets oder so. Deswegen, ich gucke ja immer durch die Mob, äh, in der Mobfarm, was da so fällt. Lass mich gucken. Ich habe kein Eisen. Ich dachte, ich hätte ein bisschen Eisen oder Gold Nuggets. Ah, ich habe zwei Gold Nuggets bekommen. Das war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe zwei Gold Nuggets. Da haben wir schon mal eine. Eine fertig. So. Ja, und jetzt wird das aufgefüllt und dann ist dann der erste Teil schon fertig. Da habe ich zu. Ja. Was ist Skywars? Oder was ist das? Auf Gomme HD habe ich mal eine Zeit lang gespielt, aber da hat es ja meine Welt zerrupft. Ich spiele bei Minecraft am liebsten halt wirklich Baumodus. Am liebsten selber was bauen. Oder was noch zwischendrin ganz Nettes ist, ähm, Murder Mystery habe ich gespielt auf den Skywars kenne ich nicht. Ich bin halt nicht so der PvP-Ler. Moment. Die Ecke mache ich jetzt zumindest mal noch fertig. So. Fehlt noch der Zaun. Ähm, 39, 41. Ist richtig? Das ist richtig. Warte, ich mache wie gesagt hier noch die Ecke hier fertig. Das ist falsch. Ich muss auch noch Fackeln aufstellen. Okay. Eins, zwei, drei, vier, ach. Ich habe wenig Chancen. Ich habe schon einige Matches gewonnen. Also einiges übertrieben, aber ein paar durchaus schon. Es gibt sehr gute Spieler natürlich, gerade bei, ähm, jetzt bei Murder Mystery, was ich wie gesagt ein paar Mal gespielt habe. Ich habe schon mal als Detektiv gewonnen. Ich habe schon mal als, zwei, drei, vier, als Mörder gewonnen. Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, zwei, drei. Okay. Sieht jut aus. Also gut. Dann extra exklusiv für dich, weil das dein Aufmutterungsstream ist. Ich sortiere noch gerade in den ganzen Shummers hier ein. Lass mich gucken. Wo haben wir es denn? Murder Mystery. Wechseln wir mal rüber. Okay. So, lass mich gucken, wo ich mich da anmelden muss. Ach, Moment. Falsch. Spooky Looks. Ähm. Sonst macht das immer mein Neffe in die Click-to-Play Infection, Classic Double Up. Ah, ja. Murder Mystery Classic. Gut. Schauen wir mal. Oh. Innocent. Mach ich gerne. So, wir gucken mal. Habe jetzt natürlich schon ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Wow. Schon zwei Tote. Es gibt kein Gold hier für mich. Sag mal, der Mörder ist aber... Das war eine der kürzesten Runden, die ich jemals gespielt habe in diesem Spiel. Jo, jo. Jo, jo. So, Innocent. Detektivchance schon 13%. Okay, keiner hinter mir. Nein. Gib mir das Gold. Ich habe in der Tat nicht so viele Chancen PvP, weil ich es nicht hier oft spiele, aber ich habe schon einige Runden in Murder Mystery hin. Steve ist nicht der Mörder. Sehr gut. In Murder Mystery hinter mir. Und weiß zumindest, äh, einigermaßen, wie der Hase läuft. Okay, du bist nicht der Mörder. Da habe ich sechs. Okay, der Mörder fängt an. Skywars kenne ich... Skywars kenne ich nicht. Skywars ist, glaube ich, ein mehr klassisches PvP. Ich mag klassische PvP's nicht. Das hier finde ich noch ganz cool. So... Okay. Steve ist auch nicht der Mörder. Jaja, jemand rennt denn so viele Leute rein. Na, Mörder hat noch nicht viel gemacht. It's Cookie though. Wer ist das, wer ist das? Äh, so ein Bär. Irgendwas mit dem goldenen Auge. Der da hinten vielleicht. Okay, ups, Detective tot. Sehr bedauerlich. Sieben Gold hab ich. Das ist wohl zu mir. Acht Gold. Oh. Warte. Lass uns ruhig weiter sammeln, ich hab nur einen Schuss. Okay. Der ist es nicht. Okay. Das ist der Steve. Okay. Zwei Steves. Super, Leute. So soll man den Mörder finden. 50-50. Das ist hier sehr großartig, Jungs. Okay. Okay. Seid ich zumindest mal einen Bogen. Detektivchance 10%, Mörder 6% ist nicht so viel. Innocent. Wer hätte das gedacht? Gold. 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 hallo er macht's gut er macht's noch fünf die liebieren sich jetzt voll das match haha ich glaube der versteht sein handwerk ja ja nur noch einer da na gut oh äh hä ah jetzt noch ein paar röntchen mach ich bist du denn eigentlich noch da bastian ich bin sehr viel schon sterben sie wieder wie die fliegen äh hallo tschüss 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 kann noch immer dauern ich brauche noch 4 gold Noch 2 Gold Noch 1 Gold Dann habe ich zumindest einen Schuss Ich weiß leider nicht, wer es ist Ich halte mich mal fern von den anderen Okay, ich habe einen Wogen Okay Verdammt Der ist mir ins Messer gelaufen Sehr dicht getroffen Immer noch innocent Das ging schnell Okay, ich weiß nicht, ob du da bist, Bastian Weil Ich bin ja hauptsächlich für dich Ich bin ja hauptsächlich für dich In ein PvP-Spiel reinge Reingejumpt Oh, ich bin der Detective Weil ansonsten würde ich in meine Welt Zurückkehren und weiterbauen Ich bin ja hauptsächlich für dich Oder Ich bin ja hauptsächlich für dich ok dreht aber schon ab hier dieser rote mit dem quermund auf den Dingens ok was ist das? gelbes Gesicht Mist na gut nein ich wollte doch gar nicht mehr spielen so jetzt aber wirklich letzte Runde Max got the juice wer ist das? ok 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 mhm 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 la bestia ok ich hab auch erst zwei Gold ich brauch noch viel äh noch acht Stück sieben für mich ok jemand tot ok so na gut ich weiß nicht ob du noch da bist Bastian aber dadurch dass ich jetzt keine Antwort kriege und ich ja wie angekündigt nicht so der PvPer bin mach ich einfach hier weiter so wie ist damit ich weiß nicht ob du noch da bist 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 So, dann kann ich zumindest meine schöne Insel-Ausbau-Aktion fertig machen. So, eine. Und noch eine. So. Moment. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jo, passt schon. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3, 4. Jawohl. Kein Creeper. Kein Creeper. Kein Creeper. So. So. Okay. Jetzt regnet es auch noch. Sehr schön. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier noch einmal. Das da. Schon ist hier auch noch ein bisschen mehr Platz. Das finde ich super. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Dann ist die hier auch fertig. Hier muss ich gleich noch ergänzen. Ich gucke noch gerade, ob es neue Materialien gibt. Uh. 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 Na bitte, da hat sich der Stream insofern schon gelohnt, dass ich ganz viele Strings bekommen. Ich habe sechs Stück schon. Cool. Cool. I like. Amorok happy. Äh. Egal. Oh ja. Indeed. Dann. Einen so. 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 Einer. Zwei. Okay. Äh. Ähm. Und so. Ne. Dann stimmt das hier nämlich auch. Ähm. Und so. Okay. Wie stellen wir das Sache? Und jetzt. Tada! Cool. Damit ist es hier nämlich abgeschlossen. Und fackeln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, okay. Nice. Wir opfern dem Großen nichts ein paar Pfeile. Wow! Das ist neu. Wir müssen was Anständiges drucken können. Dafür, dass er mich hier schon anschießt. Mit seiner Eisenpose, die er die ihn davor bewahrt hat, gleich drauf zu gehen. So. Ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lass mich überlegen. Was brauche ich da? Das da. Einmal so. Lass mich schon so bleiben. Sieht ein bisschen strange aus hier, aber das ist schon okay. Gut. Jetzt ist die Frage, was mache ich noch? Ich wollte ja hier ein bisschen größer machen. zum Beispiel... Zum Beispiel... Das ist die Frage, ob ich jetzt 1 Breiter mache oder wirklich komplett 4. Ich glaube, ich mache 4 Breiter. So. Und, ähm... Ich fände es, glaube ich, echt total schick. Oh, ich muss noch gerade was gucken. Jemand hat einen wunderschönen Screenshot irgendwo hochgeladen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Okay. Und zwar möchte ich das 1 nach hinten bauen. Okay. Also. Ich brauche... Hallo, Kaktus. So. Hier brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, jetzt sammeln wir... Packen wir erstmal die Sachen nochmal rein. Und... So. Gut. Fängt dann die Treppe an? Hier fängt die Treppe an. Das heißt, hier wird rausgehauen. So. Das ist nicht voll die Idee. Hm. Ich mache es mal so. Da. Hm. Okay. Seht ihr, wenn ich viel Zeit habe, entscheide ich mich einfach immer um. So. Jetzt nehme ich so. Dann mache ich das... Dann lasse ich das Quadratische hier bei... Ah. Abendbrot. Okay. Ich bin zwischendurch, weil ich nicht wusste, wo du warst, ähm... Wieder in meine Welt reingehüpft. Aber nicht ganz unerwartungsgemäß einigermaßen eins auf den Deckel gekriegt. Und... Ähm... Ähm... Im... Wie heißt es? Murder Mystery? Es ging ein... Äh, es war nicht so toll. Ich habe... Leider den Mörder... Einmal... Hätte ich ihn treffen können. Und da ist mir ein anderer Spieler dazwischen gehopft. Dann habe ich den anderen Spieler leider umgebracht. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und, äh... Dann hat der Mörder mich gekriegt. Hm... Lass mich kurz nachdenken. Was brauche ich denn? Das da. Ah ja, genau. So, das kommt hier rein. Und hier werden noch ein paar neue Bäume gepflanzt. So. Da einer. Und... Da einer. Und da... Nö, nicht den. Ähm... 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 So. Hier kommt eine Wand, hier kommt aber eine andere Wand. Ich weiß es noch gar nicht. Ich mache es erst mal mit der Wand hier. So. So. Ähm. So. Und so. Gut, jetzt kann ich erst mal. Äh. Raft habe ich länger nicht mehr. Ich kann ruhig noch mal abwechseln. Macht dir das Minecraft hier keinen Spaß mehr? Mal ganz cheeky fragen. Aber Mittwoch stream ich auch wieder. Da ist ja, ähm, ganz normaler Stream-Abend von mir. Okay. Äh, aber ich kann gerne noch mal Raft. Das habe ich in der letzten Zeit zugunsten von Skyblock ein bisschen, äh, hinten angestellt. So. So. Aha. Ja. So. Okay. So. So, hier auch noch, kann ich hier schon mal wieder die Fenster einsetzen, nein, falsche Richtung. Ähm, so. Just Chatting hab ich nicht gemacht, äh, bisher nicht gemacht, das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, weil ich, äh, einfach auch nicht genug Viewer hab. Ich mein, du siehst ja, du bist momentan der einzige, der zuschaut. Ähm, und dann quatsch ich lieber, während ich noch was am Spielen bin. Genau. So, ich brauche 2, 3, 4, 5, 6, warte, äh, 12, 24, 28, kann das sein? So. Das ist richtig. Und jetzt, genau. Genau. Also ich denke mal, bei den größeren Streamern macht es Sinn, dass die, äh, Viewer, die einfach neugierig sind, Fragen stellen können. Und, ähm, man einfach die Gelegenheit hat mit dem Streamer einfach ein bisschen mehr zu agieren, weil durch ein Spiel ist man ja meistens ein bisschen abgelenkt. Aber ich selbst hab da jetzt auch nicht so das Interesse dran. Also wenn ich Streamer selbst gucke, äh, dann interessiert mich normalerweise hauptsächlich das Spiel. Der Mensch hinten dran ist auch immer ganz cool. Also ich hab so ein paar Streamer, die, ähm, die ich regelmäßig gucke und, ähm, dann schreib ich mal was im Chat, guck die, äh, hauptsächlich und, und, äh, mach halt nebenher selbst noch was. Und das ist so die Art, wie ich dann normalerweise Streams konsumiere. Äh, so, so und so. So ungefähr. Okay. Ups. Nee. Habe ich noch Axt? Nicht mehr so viel. Muss ich gleich noch ein bisschen nachbauen. Miest. Noch zwei Stück. Gut. Und dann hab ich das Haus nämlich ein bisschen größer gemacht. Es fehlen natürlich noch ein bisschen Zäune und ein bisschen Dach. Das muss ich dann auch noch korrigieren. Aber ich freu mich dann auf den Platzgewinn, den ich haben werde. Und ich hab schon vorbereitet den Eingang, äh, das ist jetzt ein Hintergrundbanner. Das ist cool. Ich müsste mir eigentlich auch mal einen Hintergrundbanner zulegen. Ich hab ja, was das angeht, nicht so die Kompetenzen. Ich bin jetzt kein Designer. Und so. Zwei, drei, vier, fünf. Und noch ein bisschen mehr. Na. Ein paar Zäune auf jeden Fall. Hintergrundbanner guck ich mir bei dir gleich an. Ich hab jetzt leider auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt die Stunde ungefähr oder gleich voll. Ich baue jetzt noch ein bisschen an dem Haus rum, soweit ich Zeit habe. Äh, ne, warte. So ist es. Ach stimmt. Natürlich hab ich Kanalbanner. Du hast völlig recht. Ich hab ja Flips, äh, ich hab ja meine, meine Maus im Hintergrund. Siehst du, so guck ich mir, äh, so guck ich mir meinen eigenen Kanal an. Mhm. Okay. Also es kommt da eine hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Muss ich hier das Raster ein kleines bisschen ändern. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. So. Genau. Und das nächste Mal gibt es dann halt noch Dachausbau. Gut, ähm, den Fernseher, den kann ich auch versetzen. Ne? Das Bild poppt gar nicht rum. Hat aber lange gedauert. So, da habe ich wieder mein Standardprogramm. Ah, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Ähm, falls ich jemals irgendwie es schaffen sollte, an Leder zu kommen, was ich auch noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll, und mir Bücherregale herstellen kann, dann kommen nämlich hier Bücherregale hin. Jetzt wirkt es hier auch nicht mehr so gedrängt. Dann kann ich das auch ein bisschen ausbauen. Da habe ich einen riesen Schreibtisch. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Joa. Dann gucke ich mal, ob ich den Schreibtisch vielleicht wirklich bis dahin anschließe. Okay. So. Hier spawnen momentan keine Monster. Ich mache hier trotzdem mal Fackeln hin, für alle Fälle. So. Die Bäume dürfen immer stehen bleiben. Jetzt habe ich ein bisschen Holz. 24, 26, sehr schön. Ne, da kann ich nächstes Mal den Keller schön ausbauen. Okay, was für einen Boden habe ich denn da unten drin? Den müsste ich auch noch schöner machen. Okay, dann fehlen noch einiges an Holz. Dann kann ich den Tisch hier in die Ecke stellen. Dann ist das hier auch nicht mehr so gedrängt. Ich glaube, den Tisch mache ich... Ne, ich brauche erst die Böden. So. Dann noch ein. Dann hier noch. Weizen wird auch langsam. Ach, ich würde noch Fackeln bauen. Dann mache ich vielleicht auch das nächste Mal. So, wir gucken, ob es hier noch was zu looten gibt. Nichts, was mich interessiert. Genau, und dann kann ich mich auch dann drum kümmern, dass hier noch ein bisschen mehr Platz entsteht. Mal gucken, ob ich das Portal ein bisschen weiter da drüben haben will. Ja, das machen wir noch alles beim nächsten Mal. Moderator Bastian, 1, 2, 2, 3. Kann ich machen gleich. Oh je, hier brauchen wir unbedingt noch ein Dach. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, und hier gibt es auch noch einen Eingang. Da kommt nämlich noch ein zusätzliches Zimmer rein. Das machen wir dann hier so bis dahin. Mal gucken. Nicht so viel Platz, wie ich gerne hätte. Vielleicht mache ich die Fenster hier auch eins weniger. Ja, ach, ich weiß es noch nicht genau. Aber es wird auch ganz toll. Gut. Ich bin mal überlegen, ob ich dann am Mittwoch... Ich würde jetzt unheimlich gerne hier weiterbauen, muss ich zugeben. Vielleicht teile ich dann auch zwischen Raft und Minecraft. Weil hier würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Weil das Haus ist jetzt noch nicht ganz fertig. Aber mir fehlt jetzt leider die Zeit, um weiterzubauen. damit ich hier das Dach und das Zimmer, was da noch hinkommen soll, schon mal anfangen kann. Genau. Vielleicht baue ich hier auch noch mal ein kleines bisschen um. Ein On-Stream-Abo würde ich an für sich machen, wenn es sich lohnt. Nee, es kann... Kann ich ein Abo schon einrichten? Hä? Ein On-Stream-Abo bei dir machen? Was bedeutet das? Du meinst, dass jemand so... Wie abonniert oder sowas? Meinst du ich bei dir oder du bei mir? Oder soll ich jetzt einrichten, dass du abonnieren kannst? Moment, Moment, Moment. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt muss ich gucken, wie ich dich da finde. Hast du da noch mal einen Link? Oder wie kann ich dich da finden am besten? Nicht vorstellen, dass ich da was finde. So, ich weiß aber nicht, wie ich dich finden soll. Ich habe jetzt nur deinen anderen Kanal. Aber ich müsste ja deinen anderen Link irgendwie finden dahin. So, eine oder zwei Äxte hole ich mir noch. Ah, du hast nochmal morgen ausgeschrieben. Moment. Lass mich gucken. Ich habe da nur diesen einen von dir von vorhin. Den Kommentar. Ah ja, jetzt wird was angezeigt. Nee. Das ist der von vorhin. Also, den einen Kommentar habe ich ja von dir gekriegt vorhin. Da habe ich auch geantwortet und dich so gefunden. Aber wenn du mit dem Banner... Ich kriege halt nur in dem Among Us Video nur einen Kommentar bisher von dir angezeigt. Oder generell nur einen Kommentar angezeigt. Moment. So. So. Ja, den habe ich ja vorhin gefunden. Den du mir jetzt... Genau, den habe ich gefunden und abonniert vorhin. Das war vorhin schon, bevor ich den Stream angefangen habe. So. Okay, das mache ich alles das nächste Mal. Okay, auf jeden Fall, jetzt schließe ich aber Minecraft und ich muss nämlich gleich den Stream auch beenden für heute. Deswegen mache ich jetzt erstmal Minecraft zu. So. Und jetzt weiß ich nicht, ob du noch da bist. Ah, du wirst noch angezeigt, zumindest. Deswegen, wenn noch was ist oder was mit dem Abonnement oder genau, der Kommentar ist von dir, das weiß ich. Deswegen Genau, wenn nämlich noch sonst irgendwas ist, dann kannst du mir ja bei Discord noch schreiben. Genau, den Kommentar habe ich gesehen. Ich bin von dem ja auf den auf den Dingens. Ich bin auf den deinen Kanal gekommen, habe ihn abonniert. Deswegen, den hatte ich ja schon abonniert. Mit diesem Moderator vor deinem Namen habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber da ich jetzt, äh, leider keine Zeit mehr habe und den Stream erstmal ausmachen müsste, ähm, kannst du mir notfalls, wenn du was isst, einfach noch bei, äh, Discord schreiben. Deswegen, okay, alles gut. Das freut mich. Genau, ich muss jetzt, wie gesagt, aufhören. Äh, es hat mich gefreut, dass du zugeschaut hast. Ich habe ja spontan jetzt diesen, äh, Stream gestartet gehabt. Und ich wünsche dir einen wundervollen Montagabend noch. Und, äh, am Mittwoch streame ich. Ich überlege dann, ob ich am Mittwoch nochmal Minecraft mache oder vielleicht aufteile zwischen Minecraft und Rraft, weil ich jetzt ein paar Sachen angefangen habe, die ich gerne zu Ende machen will, äh, zu Ende machen will. Ähm, das werde ich dann sehen, wie ich es dann am Mittwoch verteile. Äh, genau. Äh, bis dann. Wir sehen uns dann. Ciao.